Selbstbewusst oder gottbewusst? In unserer Gesellschaft geht es so viel darum, bist du selbstbewusst? Das ist das Wichtigste, schau auf dich selbst. Aber wir, wir finden es besonders wichtig, mal aufs Gottbewusstsein zu schauen. Wer bist du in Gott? Neben coolen Andachten, genau über dieses Thema, haben wir auch ein richtig, richtig cooles Programm geplant. Wir machen eine fette Kleidertosch-Party, da freue ich mich schon richtig drauf. Cocktailabend, eine Krimi-Dinner-Party, das ist richtig cool. Wir wollen auch ganz viel Action haben, bei zum Beispiel Geländespielen oder Juggerspielen. Zu dieser Zeit gibt es vor allem richtig viele Babytiere hier auf dem Hof. Wenn wir schon mal hier sind, auf dem Bauernhof, dann können wir auch einfach Zeit mit den Tieren verbringen, für all die Tierdieben unter euch. Für alle kreativen Köpfe haben wir auch richtig, richtig coole Workshops geplant, zum Beispiel Töpfern, Bogenschießen und Karten malen. Seid dabei über Himmelfahren. Genau, zwischen dem 17. und dem 21. Sie sind auch vollgepackt mit Power und Action, aber auch Tiefe. Wenn ihr zwischen 12 und 18 Jahren alt seid, dann kommt gerne zu uns und wir hoffen, dass du mit dabei bist. Tschüss! Tschüssi!